Hallo, herzlich willkommen zu dem Thema Konstante, eine Einführung in die Programmierung am Beispiel von MS Access. Wir bauen direkt auf auf dem Thema Variablen, was wir vorher besprochen haben. Nun erinnern wir uns doch an die Variable. Eine Variable hatte einen Bezeichner, das ist der Name, den man hier gibt. Und eine Variable speicherte Werte eines definierten Datentyps. Wir haben verschiedene Datentypen zuvor kennengelernt. Und man kann einer Variable Werte oder Ausdrücke zuweisen, die werden dann gespeichert in der Variable. So kann man sich das vorstellen. Und die Variable bietet uns anschließend lesenden Zugriff auf den gespeicherten Wert und auch schreibenden, ändernden Zugriff. Nun, wenn das die Variable kann, was kann dann die Konstante? Nun, die Konstante hat auch einen Bezeichner. Die speichert auch Werte eines definierten Datentyps. Und man kann ihr Werte und Ausdrücke zuweisen, aber nur einmalig. Sobald der Wert zugewiesen ist, kann man darauf lesend zugreifen. Aber der schreibende und ändernde Zugriff auf den gespeicherten Wert ist nicht mehr möglich. Wozu braucht man denn nun sowas? Nun, Konstanten braucht man zum einen, wenn man Werte innerhalb der Programmausführung hat, die nicht geändert werden dürfen. Es darf dem Programmierer auch nicht durch einen Fehler passieren, dass dieser Wert geändert wird. Und das stellt die Programmierumgebung teilweise bereit, aber auch die Ausführungsumgebung, die dafür sorgt, dass solche Fehler nicht passieren, dass Konstante eben nicht geändert werden dürfen. Ein zweites Einsatzgebiet für Konstante ist die Definition von bestimmten Werten. Hat ein Wert, zum Beispiel die 2, eine bestimmte Bedeutung in einem Programm, dann kann man diesem Wert auch eine aussagekräftige Bezeichnung geben in Form einer Konstanten. Das wird zum Beispiel gemacht, indem hier das Informationssymbol oder auch die Schaltflächen OK und ABBRECHEN eine bestimmte Bedeutung haben in Form einer Konstante. Die hat dann einen numerischen Wert, den man sich aber glücklicherweise nicht merken muss, denn man kann über die Konstante bequem darauf zugreifen. Das sehen wir uns später im Detail an. Wie verwendet man nun eine solche Konstante? Nun, anstelle des Schlüsselwortes DEAM wie bei Variablen verwendet man hier das Schlüsselwort CONST. Dann folgen Bezeichner, Datentyp, das ist wie bei der Variablen, aber auch die Zuweisung des Wertes. Die kann ja nur einmalig erfolgen und erfolgt deshalb direkt bei der Deklaration in einer Zeile, erfolgt dann auch die Initialisierung mit der Deklaration zusammen. Der zugewiesene Wert kann dann während der Programmausführung nicht mehr geändert werden. Nun, schauen wir uns das doch mal konkret an. Ziel ist es, dass wir die Deklaration und Verwendung selbstdefinierter Konstanten zusammen mit den Variablen, die wir ja schon beherrschen, in einer kleinen Übung verwenden. Die Aufgabenstellung lautet, entwickeln Sie ein Programm zur Temperaturumrechnung von Celsius nach Fahrenheit. Das sind ja zwei Einheiten, die gängig sind auf dieser Welt und für die es eine Formel gibt, um sie umzurechnen. Nun verwenden wir folgende Formel. Fahrenheit ist gleich Celsius mal 1,8 plus 32. Das ist die Umrechnungsformel. Und für die Bestandteile dieser Formel, die sich nicht ändern dürfen aufgrund physikalischer Gegebenheiten, sollen wir Konstante verwenden. Und für die Teile, die sich ändern, weil wir vielleicht unterschiedliche Celsius-Werte umrechnen wollen, verwenden wir Variablen. Nun, sehen wir uns das mal an. Ich bin schon bei der zweiten Übung. Sehen wir uns das mal an. Ich habe hier Access aufgemacht. Und wir erstellen eine neue Datenbank. So was machen wir ja immer, indem wir den Visual Basic Editor öffnen. Der geht außerhalb des Bildes auf. So, da haben wir ihn. Und wir erstellen ein neues Modul. Wunderbar. Und wir beginnen mit einer Sub für die Übung 1. Die nenne ich dann auch gleich. Sub Üb 1. Und was wir brauchen? Nun, wir brauchen zunächst mal die beiden Konstante. Konst C1 nenne ich sie. Jetzt folgt der Datentyp Single, weil die 1,8 waren ja eine gebrochene Zahl. Und ich schreibe jetzt hier nicht 1,8, sondern 1,8. Beliebter Fehler wird öfter gemacht. Konst C2 ist Integer. Ups, Integer. 32 war das. Und nun die beiden Variablen. Die Fahrenheit. Wir wollen ja das Ergebnis ausgeben. Das kann durchaus gebrochen sein, denn wir multiplizieren das ja mit 1,8. und dem Celsius, schon das klein, Celsius, S, Single. Vielleicht möchte hier jemand gebrochene Werte eingeben. Dann weisen wir unserer Variablen Celsius mal einen Wert zu. Wir wollen mit 100 Grad testen und sagen, LED Fahrenheit gleich Celsius mal, und jetzt treten unsere Konstanten in Aktion, C1 plus C2. Das Ganze geben wir aus, die Backpunkt Print, und schreiben Celsius, und nun einen erläuternden Text, dass Celsius entspricht, Doppelpunkt, und Fahrenheit, oh, das wird ein bisschen knapp hier, Fahrenheit, so. Ja, nun, da habe ich hier was übersehen. Das muss ein und sein, damit sich die Zeichenkette auch fortsetzt. So sieht das gut aus. Was macht das Programm? Nun, wir haben hier oben die Konstanten definiert, dann zwei Variablen. Wir weisen der Celsius-Variable einen Wert zu. Die Initialisierung der Variablen erfolgt mit 100. Dann die Berechnungsformel nach dem angegebenen Beispielalgorithmus. Und anschließend geben wir das Ergebnis aus. Das wollen wir doch mal probieren. Ich klicke hier auf Ausführen. Und tatsächlich im Direktbereich hier unten erscheint die korrekte Umrechnung. Das ist doch schon ein großer Erfolg. Damit haben wir das Beispiel 1 auch schon bearbeitet. Und gucken wir uns an, was man noch so mit Konstanten machen kann. Nun, in Übung 2 haben wir folgende Zielstellung. Die Deklaration und Verwendung selbstdefinierter Konstanten zusammen mit Variablen, aber diesmal in folgender Aufgabenstellung. In einem Unternehmen wird das Jahresgehalt jedes Mitarbeiters ausgehend von einem konstanten Grundgehalt und einem Zuschlag berechnet. Mein Gehalt setzt sich also zusammen aus Grundgehalt plus Zuschlag. Der Zuschlag wiederum besteht aus konstanter jährlicher Gehaltserhöhung. Das heißt, im ersten Jahr bekomme ich die einmal, im zweiten Jahr zweimal, im dritten Jahr dreimal. Und dies wird noch mit der erreichten Qualifikationsstufe multipliziert. Der Zuschlag setzt sich also zusammen aus der Erhöhung der jährlichen. Das heißt, die wird multipliziert mit der Betriebszugehörigkeit, denn das bestimmt ja, wie viele Jahre ich im Unternehmen bin. Wir multiplizieren das noch mit der Qualifikationsstufe. Das Ergebnis soll nun in einer, oder diese Berechnung soll in einer Prozedur implementiert werden und das Ergebnis wieder im Direktbereich ausgegeben werden. Gut, da verwenden wir für die konstanten Werte, denn jeder Mitarbeiter bekommt ja das gleiche Grundgehalt und die gleiche jährliche Gehaltserhöhung. Konstante Werte sind das, dafür verwenden wir konstante. Und wir führen die Prozedur aus, indem wir mal den Herrn Müller ausrechnen. Der ist seit vier Jahren im Unternehmen und hat die Qualifikationsstufe 2 erreicht. Dazu nehmen wir wieder hier den Visual Basic Editor. Wir brauchen zunächst eine Konstante für das Grundgehalt. Und das war jetzt ein ganzzahliger Wert, deshalb nehmen wir hier den Integer. 28.750 stand auf der Folie. Erhöhung, Erhöhung, ist auch ganzzahlig gewesen. Integer, das waren 270 Euro. Also, jetzt brauchen wir eine Variable für den Herrn Müller, dessen Namen wir ja auch ausgeben möchten. Also, dem Name S-String und für dessen Betriebszugehörigkeit. Dann nehmen wir Byte. Auch die Qualifikationsstufen können maximal 255 sein, auch hier Byte. Das Einkommen übersteigt natürlich 255, deshalb ein Integer und auch der Zuschlag muss ein Integer sein. So, jetzt haben wir uns die Variablen und die Konstanten zurechtgelegt und können nun anfangen zu rechnen. Zunächst weisen wir dem Namen mal den Herrn Müller zu. Na, ich habe eine Müller. Dann seine Betriebszugehörigkeit, 4 Jahre. Und seine Qualifikationsstufe war 2. Und nun rechnen wir Lett. Und zwar beginnen wir nun mit der Berechnung des Zuschlags. Nicht, wie in dem Beispiel, als kleine Stolperfalle eingebaut, mit der Berechnung des Einkommens. Erhöhung mal Betriebszugehörigkeit mal Qualifikation. Richtig. Lett. Einkommen gleich Grundgehalt plus Zuschlag. Das ist ja genau die Formel, die hier auch stand. Auf der Folie. Allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Man muss natürlich zuerst den Zuschlag berechnen, um ihn dann hier bei der Berechnung des Gehaltes verwenden zu können. Das haben wir jetzt auch in die richtige Reihenfolge gebracht. Und nun geben wir das Ergebnis aus. Die Backpunkt Print, Name und Art aktuelles, kürze ich mal ab, Einkommen, Doppelpunkt und Einkommen. So, das sieht sehr gut aus. Können wir auch gleich ausprobieren. Ich lehre hier mal den Direktbereich, damit wir das Ergebnis dann auch sehen. Wir haben die Konstanten definiert, die Variablen definiert, die Variablen belegt. Und dann die Konstanten und Variablen in dieser Berechnung benutzt. Ich führe das aus und ausgegeben wird, Müller hat aktuelles Einkommen 30.910. Wunderbar. Gucken wir mal weiter, wie es in den Beispielen weitergeht. Nun, Übung 3 schließt sich an. Wir wollen wieder selbstdefinierte Konstante verwenden, gemeinsam mit Variablen. Und die Aufgabenstellung lautet nun, im Beispiel aus Übung 2 führt das Unternehmen jetzt einen Familienzuschlag ein. Oh, das klingt aber gut. Die bisher gezahlte Gehaltserhöhung wird um 10 Euro gekürzt. Aha, bisher waren es 270, davon müssen wir jetzt 10 abziehen, also 260. Pro Kind werden aber 7,50 Euro zusätzlich zum bisherigen Grundgehalt und dem bisherigen Zuschlag gezahlt. Aha, der Kinderzuschlag setzt sich also zusammen aus der Anzahl der Kinder, die ich habe, und wird mit diesem Kinderzuschlag multipliziert. Also diesem Zuschlag hier von 7,50 Euro. Mein Gehalt besteht also aus dem bisher erzielten Gehalt, gut, mit der Einbuße dieser Gehaltserhöhung hier, und dem Kinderzuschlag. Klingt nicht schlecht. Ändern wir doch mal das Programm unter Verwendung einer Konstanten für den Kinderzuschlag und einer Variablen für die Anzahl der Kinder. Können wir uns hier die Sub eigentlich komplett kopieren. Übung 3. Müller, Betriebszugehörigkeit, bleibt alles gleich. Er hat aber jetzt Kinder. Und die kann ja für jeden unterschiedlich sein. Da reicht auch ein Byte, selbst für sehr große Familien. Und wir haben einen konstanten Kinderzuschlag. Nein, ein Teacher geht hier nicht, denn der war gebrochen. 7,50 Euro waren das. Nun lassen wir hier alles so, wie es ist. Wir wollen ja das aktuelle Einkommen weiterhin ausrechnen und nun sein neues Einkommen bestimmen. Und das neue Einkommen setzte sich nun zusammen, weiterhin aus dem Zuschlag. Moment. Aus dem Zuschlag hier mit der Erhöhung, so war das ja, und dem Einkommen und dem Grundgehalt. Und dann kam bei der Zuschlag drauf. Jetzt muss ich mal schauen, wie mache ich das am besten. Die 270 hier oben, die stimmen ja nicht mehr. Na gut, dann machen wir doch mal folgendes. Let Erhöhung gleich Erhöhung minus 10. Oh, das sollte noch gehen. Und dann können wir nämlich die gleiche Formel von hier oben noch einmal anwenden. Der Zuschlag gleich Erhöhung. Das ist ja jetzt die geringere Erhöhung statt der 270. Wurde ja dann hier die 260 rechnen. Nun, das passt schon. Und jetzt kommt der Kinderzuschlag noch dazu. Das ist ja das Einkommen, achso, Moment, erst das Einkommen ist das Grundgehalt plus den Zuschlag. Und jetzt das neue Einkommen ist ja das Einkommen gleich Einkommen plus Anzahl Kinder mal den Kinderzuschlag. Kinderzuschlag, das ist die Formel, so sollte es ja gehen. Und dann geben wir das aus, die Backpunkt Print, Name und hat neues Einkommen, Doppelpunkt und Einkommen. Das ist die Prozedur. Wir geben hier erst das aktuelle Einkommen aus. Dann kürzen wir den jährlichen Zuschlag und addieren hier den Kinderzuschlag dazu. Das sieht ja alles sehr gut aus. Ich lehre den Direktbereich, klicke hier auf Ausführen und, ups, was ist das, was ist hier erschienen? Das ist tatsächlich ein Fehler. Fehler beim Kompagieren, Zuweisung einer Konstante nicht zulässig. Sehen Sie, hier ist uns genau der Fehler passiert, den Konstante vermeiden sollen. So geht das nicht. Denn die Konstante lässt sich nicht ändern. Wir müssen also die Erhöhung zum Beispiel hier 10 abziehen. Ist auch nicht schön. Besser wäre es, man würde die Konstante oben ändern, was aber an der Stelle nicht geht, weil wir das aktuelle Einkommen berechnen und hier das neue. Wir rechnen das einfach hier mit aus. An die Klammern denken, denn es gibt die Operator-Prioritäten, die der Punkt-vor-Strich-Rechnungs-Regel aus dem Mat-Unterricht entsprechen. Schauen wir, ob das jetzt funktioniert. Tatsächlich. Müller hat aktuelles Einkommen 30.910. Müller hat neues Einkommen 30.830. Na, ob das so ein Vorteil war, diesen Kinderzuschlag einzuführen? Gut, schauen wir mal weiter in den Beispielen. Wir wollen jetzt nicht nur unsere bisher selbst definierten Konstanten benutzen, sondern auch vordefinierte Konstanten. Und dazu nutzen wir die Möglichkeit, vordefinierte Konstanten in Dialogen für Ein- und Ausgabe zu benutzen. Zunächst für die Ausgabe. Und das fassen wir dann alles zusammen. Und das ist die abschließende Übung zu diesem Thema. Aufgabenstellung. Die Ausgabe, das was wir bisher als Debug-Print gemacht haben, soll nun in Fenstern erfolgen. Nämlich das bisherige Gehalt in diesem Fenster mit einer einfachen OK-Schaltfläche und ohne Symbol. Das neue Gehalt, aber in einem Informationsdialog mit den Schaltflächen OK und Abbrechen. Dazu soll dann noch ausgegeben werden, im Direktbereich, welche dieser Schaltflächen gedrückt wurde. Oh. Das ist schon eine größere Herausforderung, so scheint das zumindest. Wir kopieren uns hier wieder unsere Prozedur. SAP 3. Gehe die hier nach oben. Nenne die dann SAP 4. So viel soll sich ja erstmal nicht ändern. Wir wollen die Ausgabe nicht mehr im Direktbereich. Stattdessen soll dieser Text in einem Fenster ausgegeben werden. Kommentieren wir das aus. Und MSG Box ist dafür die Funktion, die uns VBA bereitstellt. Und ich ergänze das, was ausgegeben soll, direkt dahinter. Gut, das war es schon. Ja, fürs Erste schon. Denn wenn ich auf Ausführen klicke, erhalte ich die Ausgabe des aktuellen Einkommens genau in dem Dialog mit der OK-Schaltfläche. Prima Sache. Nun soll auch die Ausgabe des zweiten Gehalts, des neuen Einkommens, nicht hier unten passieren, wie es eben noch erfolgt ist, sondern auch im Fenster. Also das hier soll in einem Fenster ausgegeben werden. Gibt wieder ein Message. Box. Setze die Klammer. Gebe das ein. Und nun schaue ich mir mal genauer an, was uns Visual Basic hier für eine Hilfe anbietet. Offensichtlich kann man als zweites Argument dieser Funktion hier auswählen, welche Art von Stil diese Box haben soll. Und da kann ich tatsächlich ausgeben, V, B, OK und Cancel. Prima. Und dann kann ich auch noch drauf addieren, V, B, Information. Und das sind schon diese beiden Schlüsselargumente, die dafür sorgen, dass der Dialog eine OK- und Abbrechenschaltfläche bekommt und ein Informations-Icon. Nun kann man fragen, woher weiß ich das, was bedeutet das? Nun, das kann man in der Hilfe nachschlagen. Die Access-Hilfe sagt uns, es gibt für die Message-Box hier die folgenden Argumente. Man kann V, B, OK, ONLY schreiben. Und man kann V, B, Information schreiben. Man sieht auch hier, welchen Zahlenwert die entsprechen, einer 64. Das kann man sich unmöglich merken, welcher Zahlenwert nun einer Frage entspricht oder einem OK-Button. Und deshalb ist das nicht als Zahlenwert hinterlegt, sondern durch sprechende Bezeichnung einer Konstante. Und genau diese haben wir hier auch verwendet, nämlich Information hier und V, OK, Cancel hier. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber Halt, wir wollen auch noch zusätzlich ausgeben, welche der Schaltflächen gedrückt wurde. Dazu brauchen wir eine Variable. Und hier schreiben wir dann, let button gleich Message-Box. Und das Ergebnis soll ausgegeben werden, die WAC.print-Button, korrekt. Ich kläre jetzt mal den Direktbereich, dass wir da nichts durcheinander bringen. Und wir schauen mal, was passiert, wenn ich auf Ausführen drücke. Tatsächlich ist erscheint hier unten, das Fenster Müller hat aktuelles Einkommen. Wenn ich das mit OK bestätige, dann erscheint das zweite Fenster, was die OK-Schaltfläche hier durch vorgegeben ist. Das Informationssymbol, gut, das sieht man jetzt hier rechts nicht, und den entsprechenden Text enthält. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, schauen Sie mal hier unten im Direktbereich, da wird eine 1 ausgegeben. Aha. Und wenn ich das Ganze nochmal ausführe, OK, ich klicke jetzt hier auf Abbrechen, wird eine 2 ausgegeben. Nun, was bedeutet das? In der Access-Hilfe kann man auch nachlesen, dass die gedrückten Schaltflächen, also die Rückgabewerte, folgende Bedeutung haben. 1 entspricht OK, 2 entspricht Kanzel. Und genau das sind die Schaltflächen, die ich hier gedrückt habe. Wunderbar. Das hat funktioniert. Damit haben wir auch die Übung 4 bearbeitet. Zusammenfassung. Jetzt kommt die Konstante mit ihrem Bezeichner, ihrem Datentyp, Werten und Ausdrücken, die ihr einmalig zugewiesen werden. Darin liegt der Unterschied zur Variablen und sie bietet nur Lesen in Zukunft. Wozu braucht man sie? Nun, wir haben sie verwendet, um Werte, die während der Programmausführung nicht geändert werden dürfen, zu speichern. Und wir haben sie auch benutzt in Form vordefinierter Konstanten, die einfach aussagekräftiger waren als ihre numerischen Werte, für zum Beispiel die Meldungsfenster. Wie verwendet man Konstante? Nun, man benutzt das Schlüsselwort Konst, dann folgen Bezeichner und Datentyp und die Zuweisung ihres Wertes. Anschließend kann der Wert nicht mehr geändert werden. Vielen Dank und ich freue mich, wenn Sie sich die nächste Übung auch ansehen.